52 Millionen Briefsendungen pro Tag und der ist für dich. Jetzt auf Video. Kennen Sie Kevin noch? Er hat einen Aufpasser bekommen. Er ist allein mit Onkel Buck. Der zweite Riesenerfolg mit Kevin und John Candy als Onkel Buck. Jetzt in Ihrer Videothek. Gönnen Sie sich diese Strapaze. Im neuen Jahr erwarten viele Frauen was Kleines. Der neue Peugeot 106. Im Januar bei Ihrem Peugeot Händler. Ein frisches Stückchen Frankreich finde Claire im Kaufhof. Kaufhof, das Erlebnishaus. Rund um die Welt heißt Rider Twix. Aus Rider wird jetzt Twix. Berlin. Sonst ändert sich nix. Madrid. Alles klar? Rider heißt jetzt Twix. Verblassen Ihre Farben beim Waschen? Ihre nicht. Denn das neue Coral Intensiv schützt Farben und Fasern. Man sieht's und fühlt's. Coral entfernt Schmutz ohne zu bleichen und lässt die Farben aufblühen. Das neue Coral Intensiv. Sanfte Pflege und intensive Sauberkeit. Danke fürs Interview. Ein Tiktak erfrischt meinen Atem. Zwei Stunden lang. Bei gerade zwei Kalorien. Ist doch super. Sönlein Brillant. Komponiert aus ausgesuchten Beinen eines Jahrgangs. Trocken. Sönlein ist Brillant. German Aftershave. Mit dem Duft eines Olde Toilettes. In exklusiven Duftnoten. Verführerisch. Verführen mit Duft. German. Wir von Alpia finden, das Wichtigste bei der Schokolade sind die Zutaten. Bester Kakao, wertvolle Milch, Nüsse, Mandeln. Aber Sie glauben vielleicht, dass Alpia auch noch etwas Werbung braucht? Kein Problem. Die Alpen bitte! Geil, ne? Aber da wir von Alpia lieber jede Mark in die Schokolade stecken und keine Mark in die Werbung, sind unsere Alpen alle unecht. Echt! Die Schokolade ist dafür umso echter. Alpia. Köstlich, sahnig, kaufe ich. Salve! Salve! Für mich Cappuccino ist der typische Kaffee Italiener. Nein! Nescafé presso presso. Nescafé Cappuccino. Nescafé presso presso. Es ist sehr einfach. Niente Macchi. Naturalmente. Acqua bollente. Eccola Acqua. Und man bebe cremoso. Schau, wie cremoso. Piccolo, forte e nero. Mmh. Que gusto. Que gusto. Haha. Italienisch genießen. Cappuccino und presso presso. Von Nescafé. Hey, an wessen Gesicht erinnert euch das? Ah, das ist gemein. Wo ist Stefan überhaupt? Vielleicht ist sein Gesicht explodiert. Warum sagt ihm niemand, dass er mal Clérasil nehmen soll? Clérasil-Gesichtswasser wirkt pochentief gegen Pickel. Hey, er ist wieder da. Stefan? Jemand muss es ihm gesagt haben. Clérasil-Gesichtswasser für ein pickelfreies Comeback. Chocolat de Nestlé. Rendezvous des Sinnes. Chocolat de Nestlé. Rendezvous des Sinnes. Dieses Ohr hört Töne, die der Mensch nicht hört. Dieses auch. Dieses Ohr hört sogar die Zeit. Per Funk. Absolut präzise. Braun Time Control. Ihr Ohr für die Zeit. Jetzt. Ohr Dolmed 3. Die Zahncreme mit der Dreifachprophylaxe. Gegen drei Probleme, die jeder Zahnarzt bekämpft. Erstens Karies. Zweitens Parodontose. Drittens Entzündungen durch Zahnsteine. Entdecken Sie Ohr Dolmed 3. Weiß bedeutet Kariesprophylaxe. Rot bedeutet Parodontoseprophylaxe. Blau bedeutet Prophylaxe gegen Zahnsteinneubildung. Die Dreifachprophylaxe in einer Zahncreme. Odolmed 3. Die Dreifachprophylaxe. Also, ich muss sagen, beim ersten Mal war es ein wahnsinnig zartes Gefühl. Ich finde, er hat trotzdem Biss. Zart oder Biss. Hauptsache Tea Time. Hauptsache Tea Time. Tea Time. Die feinste Gebäckmischung von Delacre. TV-Movie präsentiert. Marlon Brando. Michael Jackson. Brigitte Bardot. Woody Elm. Und Sean Connery. Jetzt im TV-Movie. Der neue TV-Zeitschrift für Programm und Spielfilm. Jeden Tag 22 Sender im zeitlichen Schnellvergleich. Und der Movistar hilft Ihnen bei der Spielfilmauswahl. Schalten Sie um auf TV-Movie. Jetzt zum Probierpreis von 99 Pennig. Die Tomi Küchenchefs haben eine der stärksten Kalorienbomben entschärft. Den Kartoffelsalat. Denn Tomi Extra Leicht ist einmal, zweimal, dreimal, viermal leichter als Mayonnaise. Getreu nach unserer Devise. Immer besser sein als nötig. Obwohl wir von Alpia jede Mark in die Schokolade stecken und keine Mark in die Werbung, kriegen wir manchmal auch kritische Zuschriften. Lieber Alpia, Ihre Schokolade ist toll, aber die Verpackung ziemlich geschmacklos. Mann, Sie sollen die Schokolade essen und nicht das Papier. Alpia. Köstlich, sarnig, kauf ich. Vielleicht noch zwei Worte zur Technik. Mhm. Der Motor zum Beispiel ist ein 24-Ventiler mit automatisch verstellbarer Einlass-Nockenwelle. Kennfeld gesteuert. Mhm. Genau, genau wie die elektronische Zündanlage. Und hier ABS und ASR, die Antriebs-Schlupfregelung. Das war's? Hm? Nein, die Ventilteller sind aus... Mnemonic 80A. Das kommt aus dem Flugzeugbau. Eigentlich wollte ich damit nur fahren. Ja, klar, natürlich. Manche Leute interessieren sich einfach nicht für die Technik eines Mercedes-Benz. Die wollen nur damit fahren. Ach, äh, Mnemonic 80A heißt übrigens Mnemonic 80A, oder? Äh, ja.